hallo ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen rolle trof dem simon von tut adventures und wir power leveln ihn heute mal du bist jetzt was level 6 7 ok 5 und wir sind hier im level 10er gebiet dann gucken wir mal wie das hier abläuft gucken auch wie viel xp du bekommst weil siehst ja ich muss auch schon gut auf den rumkloppen hier hier ist das wasser übrigens giftig nähen in diesem biom ja hab ich gerade gemerkt okay ich baue gerade mal kurz die dinge ab ja 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 genau shapes da braucht man auch viel blöcke abbauen brauchen wir nicht so wissen wir mal eine innie da müsste doch eigentlich schon eine direkt sein hier das ist eine innie im dungeon oder so vor allem wenn es so ein microchips hier auf dem boden statt pflanzen ja wie behält man das spiel ein frisst merkst du das unten in deiner xp leiste wenn wir hier was machen sie man das oder gerne das sieht man ja okay wie kommt man denn hier rein müssen wir mal einen eingang sind keinen eingang ich guck mal hier oben hier ist ein eingang da greift mich gerade zum fliegen ist teil aber ich komme zu dir hat er dir auch geholfen was ja sehr gut dann kommen wir hier lang hier ist nämlich der eingang es ist wie so ein tron man man springt so in der luft wo man sich sein sein pferd ja ne oh die waren easy going ja und hier easy going oh ich bin ins wasser gelaufen erstmal heiltrank reinkloppen hier so gucken wir noch mal was uns hier unten erwartet uah aua was er denn für einer slay the shadow knight das ist ja doch schon der schwanz ist so erstmal die kiste opa stirbst gleich ane doch nicht ja bin voll bombe werfen bern noch mal oh oh du bist tot ne oh nein schon wieder schützt nein verdammt ich drück mal auf tab und falsche tasten und so verblöht ja gut er ist natürlich ein bisschen heftig hier ne leicht warte ich redze dich sofort wenn der hier tot ist so bam ah ich habe gerade irgendwas bekommen hast du auch die 475 xp noch bekommen 300 jawoll krass übertrieben hier habe ich den hut für level 8 schon mal kannst du schon mal haben jetzt bin ich immer noch level 5 aber naja ah guck mal hier gibt es ein rezept nämlich oder okay das kann ich mir aufheben ich bin wieder voll ach so du bist immer noch voll ja stimmt ja das rezept das solltest du einfach aufheben das kannst du dann auch direkt lernen danach kannst du den slot ich schmeiß mal kurz lucky nee doch der sieht schlecht aus lucky schmeiß ich mal weg so ich nehme mal ich verbrate den der sieht besser aus warte mal was ist denn das hier ja der sieht besser aus ach stimmt das war ja level 8 na klar ist er besser natürlich ist er besser aber bist du schon level 8 jetzt nee oh schade ok direkt ab zum nächsten da vorne ist nämlich noch so eins jetzt weiß ich zumindest wo der eingang ist an die muss ja gar nicht laufen ich muss immer einfach nur zu spiel springen du kannst mir theoretisch auch hinterher joinen genau ganze zeit was ist das denn für ein riesiger würfel alter das ist ein me system sieht so aus die klauen die nicht klauen junge ich bin fast tot habe keine trinke mehr dann komm einfach zu mir hier ist nix hier sind gerade noch kristalle ach so ja du kannst natürlich auch wenn du jetzt zu mir port ist dann kannst du da ist mein haus ne ich bin zu weit weg jetzt glaube ich ok dann kannst du hier auffüllen und ich guck schon mal weiter hör auf zu schlagen so haus 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 wo hier der eingang ist von dem ding von dem großen ich will da jetzt rein ich will da jetzt rein rein vielleicht kommt man aber auch gar nicht rein wer weiß rein wieder rein ich weiß aber nicht du musst warten du musst noch long earlier ahil du gehst zu horten hier component kälte range da können wir auch kannst du dich jetzt immer noch nicht porten doch ja Champ니 die Gracias muss man mit bei der ich mit N die sind auch nicht so v von. Als hier das erste Mal drauf war, habe ich erst mal runter gegraben und erst mal geguckt, was da ist. Ja, so was, wozu ist das? Wir haben abgebaut. Guck mal davor, das ist ein riesiger rosa Teddybär, so weiter hin. Ach lol, hier sind auch schon direkt drei Innies. Guck mal mein Gesicht an. Ja, du kannst, wenn du jetzt C drückst, ne, drück mal C. Ja. Dann hast du ja da Face angegeben, ne? Und wenn du auf das untere Ding vom Face klickst, kannst du davon das Skin aussuchen. Ah. Aha. Und halt alle Sachen, die du in den Deconstructor schmeißt, davon hast du die Skins quasi. Okay. Also kannst du immer aus, deine Waffen können immer aussehen wie sie wollen. Schwierfalsche Tasten, verdammt. So, erst mal rein hier. Scheiß Lebkuchen, Mann. Das ist der von Schreck. Ja, habe ich mir auch schon so gedacht, ey. So, hier runter. Ist hier schon einer? Ist hier einer? Ist hier einer? Ah, nee, noch nicht. Die fähre ich aus. Oh, Schokosoße. Schokosoße. Wahrscheinlich auch giftig, ne? Ne, doch nicht. Boah, ich bin fast tot. Die ist gut, die ist gut. Ah, hier geht's weiter, Runa. Aber Feuer, Achtung. Ah, und hier kommen dann jetzt die Mobs. Ähm, ja. Ist man nicht. Okay. Oh nein. Boah, die hauen mich richtig weg. Riesenheppig. Wow. Alter. Hui. Kam ich nochmal schnell an. So, am besten machen wir das jetzt so. Ich drücke jetzt hier drauf und du gehst dann da hoch. Ach, da ist noch einer. Moment, töd ich erst mal. Sicher. Oh, ich kann meine neue Fertigkeit ausmachen. Was ist denn da noch jetzt? Weiß ich nicht. Ich drücke mal zwei. Ja. Achtung. Oh. Scheiße, du bist gestorben, ne? Oder? Ne. Ich hab, guck mal hier, was ist denn hier? Aloi, du bist dann so ein Drache. Krass. Und voll. Ja, cooler Skill. Okay, erst mal haben wir schon überlebt. Wir haben alle hinter die her, gerade. Nein. Du hast es überlebt. Mach mal was. Boah, aber auch ganz knapp, ey. Bei dir ist ja zehn oder höher. Ich bin auch nur elf, ne? Also gegen so viele ist es dann auch nicht so einfach. Ach. Aber bei dir schießt die ganze Zeit Feuer aus deinem Grab noch. Okay. Irgendwie. Ja, das mag wohl was heißen. So, jetzt nochmal hier. Zwei. Hast du auch 300 XP bekommen oder was wieder? Ach, äh, wahrscheinlich. Ach, das ist dann Dauerfeuer so, oder was? Wenn du zwei drückst. Aber bei mir schießt du halt permanent so. Okay, warte mal. Was schmeiß ich denn jetzt weg? Ich schmeiße weg. Ähm, das. Das. Und? Krass, übertriebenes Ding jetzt. Okay. Und was bringen Knochen? Äh, brauchst du auch zum Craften. Okay. Gelins. Ist ja hier für einer. Eine Sunlight Bulb. Komisch. Brauchst du auch zum Craften. Also für Gardening brauchst du das. So. Okay, bin bereit. Ähm, wenn du rausgehst aus dem Portal direkt geradeaus, ist die nächste. Okay. Das ist voll cool. Im Candyland. Da sind meistens die Portale nicht so weit drin. So, da hat man erst da sich durch eine halbe... Oh, da ist eine hinter dir her. Pass auf, gleich. Wenn du stehen bleibst. Und da dreht schon um. Naja, da wird jetzt gekillt, der Penner. Oh, pass auf, du bist tot. Oh. Hui. Fast tot. Ich hab keine Atträge mehr, verdammt, vergessen. Ja, ich hab nochmal Hüte, wenn ihr da mal gucken willst, ob da was bei ist. Ich bin mal grad irgendwie, wo man sich aufladen kann. Aber die sind eh alle Level 8, ne? Achso, wollen wir mal aufladen. Ähm, da, warte mal, da ist ein Grundstück. Wir müssen nur hier kurz diesen, äh, Schoko-Fluss überqueren. Ich bin beknackt. Und so ein Glibberberg. Glibberberg. Ja, der andere, äh, Charakter, den ich hab, der heißt ja Candy Barbarian. Äh. Kann man eventuell auch später noch mehr Tränke haben? Ähm, ich glaub, die locken sich irgendwann frei, je nach Level so. Oder du kannst das skillen quasi mit Craften. Wie hast du denn? Äh, 11. Du hast 10. Ja, ich hab einen mehr schon. Hast schon einen mehr. Na, ist nicht so gut. Irgendwie sieht der ganz cool aus, mein Typ, wenn ich Drache bin. Aber, äh, besser ist irgendwie nicht. Ne. Ne. Aua. Aber du bist einmal wieder direkt voll, ne, wenn du dich verwandelst, oder? Bin ich das? Ich mein, ich mein, ich hätte das grad so bemerkt, aber ich weiß nicht. Hast du schon aufgeladen? Ne, ne? Doch, aber ich muss gleich wieder. Achso, doch, boah. Hast du so viele verbraucht? Ja. Krass. Welches Level? Ich bin jetzt Level 5. Okay, immer noch. Krass, wie viel fehlt noch? Passt wie am Anfang. Du musst doch eigentlich voll, voll viele Dinge ziehen, voll viel XP kriegen hier, ey. Oder kriegst du nur so wenig pro, irgendwie? Doch, eigentlich ja schon. Aber nö, ja. Geh mir mal im Sack, die Scheißviecher. Am besten einfach so neben das Ding stellen und immer neue Trecke nehmen. Ja, ne, ich logg die alle da hin. Ja. So, den, der Scheißkäfer hier, hau da ab, ey. Okay. Leicht unfair für den Typen. Oh. Oh, oh, nein. Oh. Was denn? Drück doch Q. Mann. Was ist denn passiert? Ich bin tot. Äh, wo der? Komm mal bitte. In deiner Base. In meiner Base. Neben dem Heilteil. Heilteil. Oh, hier liegt sogar noch was für mich. Da muss ich mal eben aufheben. So. You got one golden grief. Lass mal eigentlich gucken. Aber war, glaube ich, ein Helm nur. Oder Gesicht oder sowas. So, und. Hopp. Hm, endlich. So. Okay, jetzt bin ich bereit. Okay. Dann lass uns direkt hier geradeaus rüber. Obwohl es sich angreift. Zu diesem Pets-Spender hier oder was auch immer das ist. Das wär besser. Oh, Kristalle. Kristalle. Kristalle, ja. Kurz mal. So. Boah, das war. Ich glaube, ich spring da erstmal hoch. Über diese Jump-Head-Dinger. Oh. Da stücht ich. Da. Z. Ja. Da komm ich nicht hoch. Ja, warte mal. Ich guck mal eben hier, wie hoch man überhaupt noch muss. Und ich kann das Portal nehmen. So. Hä? Noll. Ja, jetzt bist du da drin. Aber wenn du jetzt mir nachjoinst, dann bist du hier, wo der Boss gleich kommt. Oh ja, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Nein. Nein. Bist du schon wieder gestorben? Ja. Nein. Ich bin ein Naturtalent. Kann ich bei dir joinen? Ah. Danger Ways at this location. Ja, die sind ja auch Level 10. Die sind doppelt so hoch wie du. Also ich meine, da hast du dir mit Sicherheit nichts vorzuwerfen. Ja. So. Da gab es schon ganz andere. Kennst du Fall Story? Nee. Okay. Aber auch ein MNO. Ja. Was aber auch eher in Richtung. Pay to win ging. Pay to win. Genau. Aber am Anfang war es noch ganz witzig. Ich habe das vor ein paar Jahren gespielt. Und da gab es in der Anfangswelt so ein Level 80er. Das war so eigentlich das Ultra-Ding. Ja. Aber da gab es so einen kleinen Bug. Man konnte auf eine Stelle gehen, wo der nicht rankam. Ah, jetzt war es vor. Ja. Von da aus konnte man ihn dann einfach töten, was? Angreifen zumindest. Immer so. So. Der hatte glaube ich 80.000 Dämen. Und immer so. Minus 1. Minus 2. Lol. Miss. Minus 4. Miss. Und dann haben wir es immer so aus Spaß gemacht. Ähm. Man konnte so eine Tasse drücken, damit es einfach durchgängig angreift. Lol. Und dann sind wir so mal sechs Stunden einfach aufgegangen. Und als er wieder kam, waren wir dann doch tot. Weil er irgendwie doch an der Ecke gekommen ist. Lol. Richtig blöd. Wir haben es immer wieder versucht, aber nie geschafft. So. Ähm. So. Ja, kannst du sporten? Ja. Okay. Die kommen jetzt direkt, ne? Geh mal ein bisschen weg von dem Ding. Oh. Loll. Nein, ich binfrieden. Drück mal Kuh, ne? Ja. Das mach ich einfach. Ich drück Kuh und du machst es. Oh, okay. Warte mal, ich hab hier was komisches. Was ist das hier? Achso. Eine Kiste. You need. Achso, Mist. Okay. So. Jetzt kommt noch eine Wave. Achtung! Am besten ist eigentlich, wenn die dreimal direkt am Anfang diesen Super-AE von mir abkriegen. Haben die alle nichts. Oh, pass auf. Du stirbst jetzt gleich. Oh. Jetzt erst mal nur ganz kurz vorher. Oh, noch zwei kleine Fick. Ah. Noch drei Tränke. So. Oh. Oh. Sweetberry Stuff. Okay. Der sieht gut aus. Jetzt schmeiß ich den weg. Ich schmeiße weg, äh, den. Habe ich denn hier einen Hut? Okay. So. Jetzt hast du hier aber auch schön XP bekommen, oder? Ja. Pass noch was. Der sieht auch gut aus. Egal. Ich muss nicht alles mitnehmen. Okay. Okay. Ah. Hier direkt daneben an dieser Würfel. Würfel, Würfel, ja. So ein bunter Würfel direkt da dran. Hast du nicht. Ich habe was anderes gesehen. Aber okay. Äh, ein rosa Würfel. Ja, genau. Ich join mal zu dir. Boah. Lava war hier. Hui. Hier direkt in dein Portal rein. Hast du mal reingeschwungen. Okay. Shadow Knight. Pass auf, dass du nicht vor dem kommst, weil der macht genau so einen Angriff wie ich hier, dass der alle trifft. Okay, ich warte einfach in der Ecke. Boah. Lass mal Schildern hier. Ich drücke mir meine zwei hier. Bam. Ja, der kann uns mal, Junge. So. Stirb doch. Bam. Das ist definitiv zu Einzelteile. Ja, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe einfach nur immer weiter gehackt. Oh, das gab ein Rezept. Ja, nice. Das ist gewittert. Hier liegt was? Kandoria Rezept. Kannst du das einnehmen? Einsammeln? Nee, ich sehe das nicht. Wir kriegen noch verschiedene Loot. Immer noch. Okay, immer noch. Immer. Ja. Ich glaube, es hat sich geändert vielleicht. Nee, nee, nee. Das schmeiße ich, das schmeiße weg. So. Oh. Das haben wir. Musst du dich auffüllen? Ja. Weil hier draußen am Portal ist direkt gleich dann meine Base. Ich töte mal eben die. Au, 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 au. Wo ist denn die Kiste jetzt hier? Das ist Crafting Bench, das ist Watch. Die Kiste ist rechts. Hier. Ist eigentlich alles auf einem Knubbel da so. Messen wir einfach alles rein, so. Vor allem die Stuffs und die anderen Teile. Wo wir sie nur einmal haben. Ah. Stirb. So. Wie gesagt. Hör auf zu schlagen. Okay, jetzt habe ich wieder Platz. Gut. Ah, du könntest zu mir porten, weil ich bin hier schon bei dem Boss. Schon wieder. Ja. War direkt nebenan. Ich finde, bei Minecraft müsste es auch so ein bisschen mehr Animationen geben, finde ich. Ja, ne? So ein bisschen was fehlt noch. Ja. Dass es so ein bisschen lebendiger wirkt. So. Ja. Aber bei 1.9 soll ja was ordentliches kommen. Mit neuen Rüstungen und Waffen und so weiter. Echt? Ja. Cool, da gibt es dann bestimmt ein Emerald-Schwert, ne? Und... Ey. Ganz was Kreatives. Und eine Holzrüstung. So was richtig cooles einfach. So. Wo ist die Kiste? Ach ne, es gab ein Recep. Ein Recep! Hab ich schon. Ah. So. Beide. Raus hier. Oh. Ein Boarding-Guys mache ich noch hier. Direkt am Portal. Zwei Stück. Wie schnell du einfach unten bist. Lol. Wieso? Da war ein Portal. Das gelbe Look. Portal. Oh, pass auf. Ich bin schon wieder heil. Oh, ich bin Level 12 geworden. Also ich... Ui. Ja. ...bin... ...6. Level 6. Äh. Ach ne. Ich hab was falsch angeguckt. Da über ist so eine goldene Leiste, ne? Ja. Was macht die genau? Wo unten die? Ne, über dem Level. Links ist so ein Helm und rechts ist so eine Marke oder sowas. Und dazwischen ist so ein... Das ist der Mastery Rank. Da drunter den. Dat Level musst du gucken. Ja, was ist das? Ähm. Ja, dat ist nochmal... Dat ist so ein übergeordnetes Level irgendwie nochmal. Hm. Quasi. Ja, aber ich hab hier ne Level 6 Maske. Vielleicht kann die ja was. Ah ne, Quatsch. Dat war Level 8. Aber kannst du auch behalten. Dat ist Level 6. Okay, mal gucken. Da. Ja. Kann dat wat? Dat kan wat. Dat kan wat. Sieht ja fast wie ich aus. So, rote Augen. Passt doch. Ja, sehr gut. Ne? Haben wir ja gut abgegriffen. Du hast gut XP bekommen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge, Leute. Oh Gott. Haut rein. Tschüss. Tschüss.